Die habe ich nie gesehen. Nördliche... Ah, jetzt bin ich... Ah, stimmt. Jetzt bin ich am Wachturm hier. Oh. Scorcher-Territorium. Die sind neu. Kenne ich noch nicht. Was sind die Letzten? Waren die Letzten? Jetzt wäre ein schöner... Jetzt mache ich dich... Platt, Alter. Egal. Egal. Die sind hier nicht gerade. Sehr nett. Ähm... Ich hätte doch... Die hier. E und dann... Noch mit denen. Den nochmal nachladen. Dann bitte... Den mit der. Und dann bitte Fahrzeug fahren. Ich brauche unbedingt mehr Raketen wieder. Ach, stimmt. Die Briefkästen. Sind ja auch noch überall. Oh ja, ich weiß, dass sie knapp ist. Südliches Tal. Hä? Ah, südliches Tal. Ah, ja. Geile Scheiße. Ah, doch. Hier war ich doch. Hier war ich schon mal. Aber hier bei... Bei unserem Freund Vladi hier. Wow, wow, wow. Ich kriege den gerade nicht umgefahren. Da ist einer. Verrückter Wissenschaftler. Da oben ist aber auch noch einer. Da komme ich auch noch ran. Glaube ich jedenfalls. Egal. Jetzt fahren wir erstmal zurück. Müssen wir was sagen. Bam. Und dann... Driven wir einfach mal weiter. Zum Beispiel dieses... Ähm... Na okay, egal. Ist mein Auto gerade beschädigt hinten? Oder ist die Stoßstange immer schon so gewesen? Die Heck... Die Heckstoßstange oder was? So. Ich hoffe, ich hoffe, das ist laut genug. Weil ich weiß nicht, weil der Ton jetzt ein bisschen lauter ist. Ähm... Ah! Ja. Schissen. So. Na und? Nein, nicht echt, oder? Na, ich ziehe so lange drauf. Oder auch nicht. So, jetzt habe ich hinter mir irgendwo noch einen. Was habe ich hier? Schild, Autoreparatur, Havergeschütz. Komm mal her. Komm her. Demolition Man, was ist das? Wow. Ähm... Ich bin hier gerade... Irgendwie so ein bisschen am... Arsch. Ey, jetzt reicht es mir hier, aber... Komm. Du bist weg. Und du bist weg. So. Meine Fresse. Ja, leck mich. Ich hau jetzt ab. Könnt mich mal. Da, 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 da. Hier, diese, diese Seite. Wollte ich schon immer mal erkunden. Ich weiß, wo es da lang geht. Ich weiß aber nicht, wo es hier lang geht. Ähm, das sieht aus wie eine Regierungseinrichtung. Und was ist, wenn ich hier hochfahre? Was war da? Das war... Ach, das war der Sumpf. Na, okay. Aber ich wette, hier muss ich auch nochmal hin. Okay, meine Karre ist leicht beschädigt. Aber auch nur leicht. Ah, komm. Nein. So. Nein. Doch, nein. Jetzt aber. So. So, reparieren. Ach, komm schon. Eh. Er nimmt so. So, dich. Na. Sehr gut, wirklich sehr gut. Mit diesen neuen Plänen können wir dir richtig gute Bombenautos bauen. Ah, richtig gute Bombenautos. Verbesserte RC Bombenautos. Äh, RC Bausatz. Ist Haga wieder da? Ich würde mal, ich glaube, der ist tot, also. Dem ist sicherlich irgendwas passiert. So, ich würde gerne mal sehen, was ich gerade hier... 80 Euro, 100 gegnerische Fahrzeuge. Boah, bin ich gut. Die verbesserten Bombenautos. Baue mal. Äh, und dann würde ich... Ich würde die gerne... Ich würde die gerne mal sehen. Benutzen. Ähm, die haben eine... Sehr gute Signalstärke. Und ich glaube, die detonieren auch richtig schön. So, aber jetzt... Ah, nee. Ach, ich brauche unbedingt Munition für den Scheiß. Äh, ich muss die Schrau... Nein, in der Wasted... In der Werkstatt. Ich kann die nicht zufällig auch von hinten betreten. Wow. Nee. Das habe ich doch, glaube ich, letztes Mal schon ausprobiert. Dann gehen wir eben vorne rein. Wow. Gut, dass ich weiß, wo das war. Man könnte natürlich... Ich würde gerne mal wieder meinen Dings hier... Aber ich glaube, den habe ich geschrottet. Geschrotet. Ich glaube, wenn das Auto einmal im Arsch ist kaputt, dann bist du am Arsch. Würde ich mal sagen jetzt. Äh. Pass ich nicht durch. Nicht echt, oder? Geht doch. Ach ja, stimmt. Wir brechen die Zelte ab. Oh, guck mal, da liegt ein Feltrit-Kristall. Zwei Stück sogar. Ich finde hier doch sicherlich noch irgendwas anderes, oder? Nö. Schade. Aber ich habe noch ein Feltrit-Kristall gefunden. So, dann würde ich mal sagen, dezimieren wir ein bisschen... Ähm... 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 Ich habe doch hier doch noch den hier. Ich könnte mal wieder die doppelläufig benutzen. Die nehmen wir einfach mal kurz für... Die SMG. Dann müsste ich jetzt hier die Pistole haben. Aber ich möchte keine Fat Boys. Ich möchte bitte die hier. Und jetzt haue ich mal kurz die Dings rein. Wenn er mir jetzt anzeigt, dass ich hinten rein muss, haue ich ihn. Ach, geh kacken, sag ich dir. Du Sack. Huch. Habe ich nicht so gemeint. Doch, irgendwie schon, aber... Oh Gott. Die lassen aber... Oh, meine Fahrkünste lassen, oder wie ihr es zu wünschen übrig. Nein, nein. Ah, das war gut gedriftet. Oh, so. Ich kann's. Oder auch nicht. Geiler Front, Dings. Stimmt, da bin ich rausgekommen. Na okay, dann betrete ich die jetzt eben von hinten, wenn's sein muss. Entschuldigung. Ich werde hier sowieso wieder alle niedermetzeln, also... Augen offen halten, Leute. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Was schnell abschießen. Das wird der Bastard büßen. Nein. Wir brauchen hier unter Stück Rückzug. Hast du was gesagt? Wow. Ich sollte aufpassen. Wo bist du? Mach ich auch. Alter. Kein Platz. Komm her. Die sind lustig. Außerdem will ich gern den Erfolg 100... Wie war das? 100... Ja, 100 Sachen. Los, hol ihn dir. Gut gemacht. Nein. Wenn ich jetzt den Falschen erwische, dann... Geht mir die Spinne im Arsch. Ich muss auch immer noch... Ah, lass mich durch. Na, das wäre jetzt keine gute Idee. Ich würde jetzt grad ein Bombenauto benutzen, aber... Oh, bist du niedlich und tödlich. Haha. Ich weiß grad überhaupt nicht, wo ich lang muss. Da hinten ging's glaube ich auch noch lang. Aber wenn man schon einmal durch war, dann weiß man nie, wo das lang geht. Ich zumindest nicht, aber ich glaub hier... Ja, hier ging's nur einmal rum. Ja, ich muss doch hier lang. Hey, hier doch! Arsch. Noch mehr? Ah, nee, da geht's weiter. Jetzt hab ich auch eine Idee. Nein, das wollte ich gar nicht. Na, egal. Wohlt sie euch. Verdammt! Das bringt nix! Eigentlich wollte ich. Egal. Egal. Ich hau mir mal kurz statt die Gran... Nein, lass, ich lass es einfach mal. Ich, ich lass es einfach mal. Ja, ich, ich lass es einfach mal. Ich versuch es gar nicht. So. Nicht, dass die jetzt irgendwo festbacken oder so. Jetzt aber, jetzt, jetzt aber schnell. Schnell, 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 schnell. Nein, das waren zwei oder so. Ich glaube, ich muss drei Stück oder so mit einem Auto. So, und dann. Ich hab sogar eine Flasche Bier bekommen. Ah, das waren die Vorräte. Ach. Okay. Muss ich jetzt einmal zurück? Hier müssen wir ja ganz kurz zurücklaufen. Ich greife dir gleich noch irgendwas an. Oder auch nicht. Oder auch doch. Hä? Hä? Ach nein, jetzt fängt das schon wieder an. Ach da. Ähm. Hier. Hier. Irgendwo hier wurde ich angeschossen. Hier war der Sack. Ja, das ist hinten der Ausgang. Schaffen es nicht mehr, oder? Nö. Äh. Egal. Ich geh raus. Vielleicht, vielleicht sind sie jetzt bei mir. Melde dich in der Stadt für Rennen an, um Rennscheine für Fahrzeug-Upgrades zu erhalten. Das mit den Rennen, das mache ich, glaube ich, nachdem ich hier durch bin. Oh, meine Spinnis sind weg. Und da, bitte, ja. Und da, ich bin hier. Und da, ich habe hier. Hier. Und da, ich habe hier. Vielen Dank.